Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich bin Anton, heute mit meinem ersten Versuch eines Kurzvideos. Und ihr kennt ja vielleicht alle diese Sprichworts, das Einzige, was man ändern kann auf dieser Welt, ist man selbst und damit ändert man alles. Und dann kennt ihr das vielleicht auch, der ändert sich nie oder die ändert sich nie. Warum ist das so? Weil ganz wenige Leute wissen, wie sie sich ändern können, obwohl sie schon wissen, was sie gerne ändern wollen. Und ich hatte ja dieses unglaubliche Glück, im Wilden Westen einen Meister der fernöstlichen Philosophie und Gesundheitslehre kennenzulernen, den seht ihr hier auf diesem Bild. Und der hat mir die Sachen beigebracht, die die wissenschaftliche Grundlage für die spontane Selbstheilung und die Wunderheilung sind. Und diese Sache, die erforsche ich jetzt schon seit über sechs Jahren und bin da auch schon tief in die Materie eingedrungen. Und deswegen ist es mir ein Bedürfnis, weil es ist das schönste, wichtigste und wunderbarste, was ich je kennenlernen durfte, dass ich das auch weitergeben kann und weiter mit, am besten mit euch erforschen kann. Und deswegen lade ich euch alle ein, dass wir uns dienstags und donnerstags virtuell treffen in der Cloud, die ihr hier so schön seht. Und dass wir da gemeinsam daran forschen und uns dort ein bisschen weiterentwickeln. So, das war's auch schon. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr sagt, das ist jetzt vielleicht nichts für mich, aber für meine Partnerin oder meinen Partner oder mein Kind oder meine Eltern, meine Freunde, teilt das bitte. Und ich würde mich freuen, wenn wir da eine schöne Gruppe zusammenkriegen. Und ja, in diesem Sinne, hoffentlich bis bald. Meine liebsten Grüße, euer Anton. Tschüssi. Tschüssi.